... den Klubs Russian United. Guten Tag, werte Damen und Herren! Im Jahr 2017 der Weltkampf eröffnet sich alle FIFA und die Komitee. Aber alle sportlichen Veranstaltungen sind ohne Bolle. Alle bereiten sich auf die Fußball-Weltmeisterschaften vor. Das ist FIFA, da sind unterschiedliche Organisationskomitee. Aber solche Festspiele sind sinnlos ohne Fans. Das ist die Fußball-Weltmeisterschaft der Fußball-Weltmeisterschaften. Das ist die Fußball-Weltmeisterschaften, die sich mit den Fußball-Weltmeisterschaften unterstützen kann. Das ist die Fußball-Weltmeisterschaften, die in der Stadt der Fußball-Weltmeisterschaften eröffnet. Deshalb sind wir ermöglicht, eine öffentliche Kampagne durchzuführen, damit möglichst viele Fans für diese Weltmeisterschaft gewinnen können. damit noch mehr Unterstützung kommt von Seiten der Fans auch für das russische Team und andere Fußballteams zu sein. Und natürlich werden auch ganz viele Fans aus Deutschland erwartet. Ich muss sagen, die deutschen Fans sind die meist erwarteten Fans in Russland. Also herzlich willkommen. Unser Club Russia United bereitet im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaften eine Reihe von Events vor, damit ihr Aufenthalt in Russland möglichst interessant und angenehm verlaufen kann, damit die Fans Russland besser kennenlernen können, damit viele emotionale Begegnungen mit russischen Fans stattfinden können. Ich freue mich sehr, Sie herzlich willkommen zu heißen. Ich lade Sie herzlich dazu ein, zu den Fußball-Weltmeisterschaften nach Russland zu reisen.